Dann sind wir wieder zurück bei E-Tech-Schools. Ach du Scheiße, ich muss hier auch noch was klicken hier? Oh, da hätten wir was drücken müssen. Joa, hast du nicht? Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich auch. Äh. 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 Oh. Nee, dadurch war falsch. Gut, drauf landen. Okay, der macht das hier auch so anders als die Kaut. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an den Bohrer. Ja. Oh, oh. Was würdest du weiter machen? Ich hab keine Ahnung. Ja, nee. Oh, das ist nicht. Hä? Wir müssen... Ich weiß noch nicht, ich hab's noch nicht raus. Nee, einfach nur überleben. Oh, was du? Entschuldigung! Ich hab ihn aus. Ich hab ihn aus. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich hab ihn aus. Ich drück hier mal ganz kurz hier drauf. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, vielleicht ist es gleich besser oder weg oder so. Wir werden sehen. Mal gucken. Ja, irgendwie merkwürdig bei mir. Das ist alles noch nicht so ganz das, was es soll. Wird noch, wird noch. Das sagst du so. Das hier sieht nach... nach nichts gut aus. Oh oh. Ach nee, das ist hier schon wieder so ein Ausweichen. Das ist hier so ein Minigame. Mich hat's erwischt. Mich hat's erwischt. Oh mein Gott. Ich zieh nix rein. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht mal so einfach. Mich hat's wieder erwischt. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Jetzt wird's natürlich schwierig. Okay, was müssen wir jetzt machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Huiuiuiuiuiui. Ah, Herr Tau. Oh mein Gott, ist hier gar nix mehr. Ich bin so richtig. Ich bin so richtig. Ich bin so richtig. Ich bin so richtig. Es läuft aber wieder flüssig bei mir. Ja, bei mir jetzt auch. Das war irgendwie nur die Stelle. Ja, ich glaube es lag an der Stelle. Ich bin so richtig. Ich bin so richtig. Ich bin so richtig. Aber wir lassen es uns einmal so, dass das... Dann ist es wenigstens vernünftig. Ich... Hä? Was ist jetzt kaputt? Ich weiß nicht. Irgendwer spult zurück. Ich spule gar nix hier. Aber ich glaube, das ist gewollt. Ich glaube, wir sollten hier weg. Das ist nicht gut. Alles. Ah, ich verstehe. Es wird wieder zurückgespurt jetzt. Wir müssen auf die Wohnung stellen. Ah, das kann wirklich sein. Ja, hat funktioniert bei mir. Oh, wow. Das ist richtig schwer. Wer sind denn die anderen? Achso, das sind von uns. Oh, lol. Wir müssen... Ha... Hast du es schon verstanden? Ja, ja, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Wir müssen einmal überall hingerannt sein. Ich habe es verstanden. Weil die Klone laufen immer hier unten. Ei, ei, ei. Ich habe gehört. Und links fehlt. Oh, okay. 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 Oh, wow. Oh, no, 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 no! Der wird hier drin. Ich muss da jetzt rüber. Na, da muss ich rauf, da muss ich rauf, nochmal zurück, 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 zurück. Aueiter. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, da muss ich rauf. Ja, rauf. Zack. Ach, das sollen auch so Zeitlupen laufen sein. Ja. Da unten kommt was. Warte. Das sieht gut aus. Da rauf. Nee, 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 nee. Meinst du nicht? Du kommst her. Da komm ich her? Du musstest da hoch, wo du warst. Ach so. Da hoch. Ah, da hoch. Vermutlich, also ich weiß nicht, aber... Ah ja, stimmt. Da kommt das nächste wahrscheinlich. Jetzt denke ich mal, dass ich hier... Da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was, das, 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 das. Zack. Darauf. Der Effekt. Da rauf. Da rauf. Nein. Oh, nee. Vielleicht das... Hier, wir springen. Ich hab keine Ahnung. Warte, 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 wir sind nicht weit weg. Nee, überhaupt nicht. Nein. Hey, was war das denn, oder? Ich wollte schon springen und du hast in der Zeit die Zeit verhindert. So. So, jetzt bleib mal... Bleib so. So ist gut. So, 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 so. Guck mal, ich häng da in der Luft. Jetzt kannst du weiter... Ja. Ähm... Da ist, glaub ich... Der. Der? Ja. Ja. Ich denke mal, ja. Nee, von da komm ich doch. Ja? Ja. Oder? Da. Ah, warte, komm mal, wir sind da. Das hier? Ah. Oh Gott, der ist sogar noch laut. Äh, ja, du sprichst. Ich kann runnen. Schwierig. Verdammt. Sorry. Wir müssen nochmal laufen, oder was? Anscheinend. Haben wir es nicht geschafft. Aber wegen der Pause gerade, oder? Nee. Haben wir es nicht geschafft? Ich war vielleicht zu langsam, weil ich einmal gestorben bin. Das ist gut, das weiß ich nicht. Ja, das kann sein. Ich auch! Ich habe genug von dir, Klob! Ja, lass uns das, mate! Guten Morgen, Sweet Girl, willkommen! Oh! Oh! Ah, großartig Teamwork! Deine Verhältnis ist jetzt noch mehr in Seek. Kannst du es? Ja, sagst du es, sagst du es. Komm mal! Sagst du es, sagst du es? Ja, sagst du es, sagst du es? Hey! Hey! Wer geht's mit dem Du? Herr... Book of Truth? Aha! Okay, okay! Das wie du willst? Ja. Aha! Okay. Du magst es? Ja. Okay! Aha! Okay, let's do it! Mom, it's working. Our cuckoo clock is working again. This will make Mom happy. She likes it when things are on time. Ah! Ah! Letter piece number one. Numero uno. Three pieces to go. Are you ready for piece number two, and lesson number two? No. Good. What else besides love makes couples stay together? Uh, mortgage. Kids? Nein! Attraction! Ta-da! Es holt die Leute zusammen. Wir brauchen nicht Attraction. Wir werden verabschieden. Aha! Das ist weil du es verloren hast. Aber keine Angst. Ich werde dich wieder finden. Ich werde dich wieder finden. Was machst du? Nichts? Nein! Okay, okay. Ich werde dich wieder finden. Oh, geht das jetzt schon wieder hin. Was ist die große Frage? Oh, okay. Oh, okay. Ja! Ja! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hey, you recognize that mountain? Oh, okay. 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 wahrscheinlich raus sind okay ich war darauf ja ich muss da genau und jetzt richtig hochziehen okay okay ich glaube einer muss ok warte ich muss den anderen haken nehmen wenn du das machst ich kann nur auf der seite hier drücken okay ich muss ziehen alles klar du musst anhaken kannst du ziehen ja du musst anhaken nur drücken ich dachte ich kann beides jo habe ich jetzt kann ich drücken und jetzt scheiße falsche tassel gedrückt sorry jetzt jetzt kannst du wieder loslassen und jetzt kann ich dir das unterdrücken bisschen merkwürdig noch ja es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig ja aber gut das ist die zweite lektion von vier wir sind jetzt hier liegen das hat auch gut funktionieren ich habe mir die tasten hier noch nicht ganz raus heute jetzt die habe ich angezogen da müsste der hier mich abstoßen ja genau ja stimmt klar jetzt verstehe ich wie es gemeint ist du kannst rote sachen die stoßen mich weg die rote sachen ziehe ich an oder so genau und blaue kannst du wegstoßen jetzt macht's klick bei mir so ergibt sich das also davon kann ich mich abstoßen zum beispiel müsste sich ja perfekt habe ich verstanden und hier ist was blaues das müsste ich ganz ja guck mal ich kann hier was hier kann ich was ziehen ja dann musst du das kann ich jetzt runterziehen gut dann bin ich schon mal drüben und dann kann ich das hier dir jetzt rüber drücken genau richtig physik ja so sieht es aus so sieht es aus aber mehr wird es auch nicht oder muss ich weiter nach vorne jetzt kann ich ziehen gott 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 das ist ja noch richtig anspruchsvoll hier am morgen ich fahr hier mal eine runde und dann komme ich hier auch mein gott das war der falsche ach gott ok ich bin oben auf den zahnrädern brauchen wir nämlich hier in blauen noch ich jetzt der mich abstößt damit jemand hier oben aufkommt sehr gut der wird mich jetzt wegstoßen der wird dich wegstoßen das heißt ich muss dich ah ich kann ihn ich kann ihn hier drehen ich bin schon da bin schon da ok warte mal der wird mich dann jetzt anziehen ach so jetzt dreht er wieder kann ich den drehen der pech zu weit wegfühlen da musst du natürlich zuerst warte ach so weil er sich immer wieder zurückdreht es geht gar nicht kann ich weiter drehen als so ich werde nochmal hochgehen da müsstest du irgendwas machen können ja dass ich nach oben kommen naja hoffe ich doch oder auch nicht ach hier hier ist was das kann ich aber nur ziehen das heißt das musst du drücken da müssen wir nachher durch aber da komme ich nicht hin das ist das problem ich glaube du musst erst hoch weil ich kann ja ich kann ja ohne dich nach oben ja gut dann muss das irgendwie so dass ich ah ja war richtig war richtig wenn ich nicht zu doof wäre welcher schon um wahrscheinlich jetzt kann ich nämlich dann das hier auch öffnen so perfekt so einfach geht das ja 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 ist das kompliziert du musst springen ich kann das so machen so zack muss ich da vorher auf wahrscheinlich so und jetzt kannst du es über ich glaube du ziehst das jetzt die du stoßt es ab dass ich mal los ich stoße das jetzt ab ich muss eigentlich auf die brücke und dann die brücke dann ziehen oder nicht aber mal mach mal kannst du jetzt den roten magneten übernehmen kann ich doch aber was passiert wenn ich den roten magneten benutzt nichts du ziehst den an andere seite um die brücke zu drehen kann es abstoßen ist ja auch erst mal sinnvoll ich dachte ich muss mich daran ziehen aber davon könntest du dich ja nur abstoßen ich kann ihn jetzt aber auch nicht hier halten das geht auch nicht das fragt mich aber das glaube nicht ich würde jetzt gehen auf die brücke und dann kann ich da halt dann kannst du es ranziehen ja aber wie kriegen wir die brücke fest das hier die frage ich lass sie doch mal los mal schnell ne kann man die irgendwie festmachen hier und die hat von dieser seite ja auch kein blauen dass ich den dann hier halten kann so das können wir natürlich mal gucken ich kann natürlich mal die hat sie da irgendwas dass man los ja du ziehst sie jetzt jetzt